Was schön an einem aufgeräumten Arbeitsplatz ist, man findet alles auf Anhieb und man ist auch schneller mit der Arbeit fertig. Der neue Fiat Dopplo Cargo System. Hier ist alles serienmäßig mit an Bord. Und damit die beiden Regale nicht zu leer aussehen, gibt es gleich noch 6 L-Boxen und 4 Bosch Power Tools mit dazu geschenkt. Na ihr Profis, das ist doch was. Vielen Dank.